YouTube macht seit einiger Zeit Kanalmitgliedschaften möglich. Das ist ein relativ neuer Service von YouTube. Und ich werde in Zukunft auch diese Kanalmitgliedschaft anbieten. Und das aller, aller, allerwichtigste dabei ist, es bleibt erst einmal alles beim Alten. Das bedeutet, all meine Videos, die ich jemals hochgeladen habe, sind euch frei zugänglich. Jeder Zeit, die Meditation, ihr könnt es wiederholen, wie oft ihr wollt. Und ich werde auch weiterhin frei meine Videos mit euch teilen. Aber es gibt eine Änderung bei den Live-Sitzungen, die ich ja normalerweise immer sonntags um 16 Uhr zur Kaffeezeit habe. Es werden in Zukunft nur Kanalmitglieder im Live-Chat posten können. Die Lives bleiben weiterhin für alle offen, alle können sie anschauen. Ihr habt immer die Möglichkeit, unten im Kommentarbereich etwas zu schreiben, eventuell auch Fragen zu stellen. Das ist möglich, aber der Live-Chat bleibt den Mitgliedern vorenthalten. Und ich werde versuchen, noch intensiver auf eure Live-Fragen dabei einzugehen. Und wie gesagt, alle anderen haben die Möglichkeit, mir trotzdem ihre Fragen zu stellen und im Kommentarbereich ganz normal zu schreiben. Was beinhalten jetzt diese Mitgliedschaften? Es gibt zwei Varianten davon. Die erste nenne ich die Live-Chat-Mitgliedschaft. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, bei den Lives im Live-Chat dabei zu sein. Ihr könnt dort Emojis und Logos posten, ihr könnt dort Kommentare schreiben, ihr könnt mir dort eure Fragen stellen. Und ich versuche, noch intensiver, wie gesagt, auf eure Live-Fragen einzugehen. Das ist die eine Art von Mitgliedschaft. Die andere Art von Mitgliedschaft beinhaltet erstmal die ganzen Vorteile der ersten Mitgliedschaft. Es ist eine exklusivere Mitgliedschaft und dort werdet ihr auch eigene Chaträume haben, wo wir uns austauschen können. Ebenso werdet ihr einen Vorab-Zugriff haben auf meine neuesten Videos. Und es wird ab und zu Lives geben, ganz exklusiv für die Mitglieder in einem intimeren Bereich, wo ihr mir eure Fragen stellen könnt. Ich hoffe, dieses Angebot findet bei euch auf Interesse und ich freue mich drauf, mit euch weiterhin gemeinsam auf YouTube viel gemeinsame Zeit zu verbringen, zu lernen und zu wachsen. Ich wünsche euch von Herzen alles Liebe. Sage Namaste.